So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Heute ist der Glumander Sea Day, der dritte Glumander Sea Day, den es überhaupt gab. Es gab zwei reguläre, das ist der Classic Sea Day. Ihr könnt Glurak wieder mit seinen zwei Sea Day Moves entwickeln. Es gab wieder eine 1-Euro-Forschung, es gab sogar eine befristete Forschung im Heute-Tab. Ich hoffe, das habt ihr mitbekommen, nicht, dass ihr das habt links liegen lassen. Das wäre nämlich sehr traurig, da gab es gratis Mega-Glurak-Energie. Wir waren wieder unterwegs von 14 bis 15 Uhr mit Pupsi, mit Jonas. Das Muttertier war auch dabei, die hat Jonas diesmal im Wagen durch die Gegend geschoben, während Pupsi und ich einfach unser Battle gemacht haben. Wer kriegt das erste Shiny? Wer kriegt die meisten Shinies? Und wer kriegt das letzte Shiny vor 15 Uhr? Das kann ich euch gleich alles sagen, ansonsten, was es sonst noch gab, was mir aufgefallen ist und warum der Titel so heißt, wie er heißt. Denn der Titel müsste lauten, dieser Sea Day war verbuggt. Ich versuche mir jetzt immer einen passenden Titel für jedes Ausbeute-Video zum Sea Day zu überlegen. Dieser Sea Day war mit Gas, hat man schon, oder dieser Sea Day war zu heiß. Das hätte heute eigentlich auch gegolten, weil es war wirklich ziemlich heiß. Aber dieser Sea Day war verbuggt. Warum war der verbuggt? Als Erster kann ich mich gar nicht mehr erinnern, was verbuggt war. Das weiß ich nicht mehr. Hä, was habe ich vorhin gesagt mit Pupsi? Ich weiß es nicht. Weißt du es noch? Nein. Die Routen? Und? Irgendwas ging auf jeden Fall nicht, genau. Deswegen war das Sea Day nämlich verbuggt. Das Erste weiß ich leider nicht mehr, aber was mir aufgefallen ist. Ich bin ja extra durch den Englischen Garten in Meiningen gelaufen bei irgendeinem Sea Day und habe eine Route erstellt, die durch den Englischen Garten führt. Und in allen darauffolgenden Sea Days bin ich diese Route abgelaufen. Im letzten Sea Day, im letzten Stream, den ihr übrigens nachträglich auf YouTube auch wieder angucken könnt, bei Livestreams, bin ich die Sea Day-Route abgelaufen und habe eine Zygarde-Zelle gefunden. Bin schnell noch die zweite Route, die es dort gibt, abgelaufen, habe auch eine Zygarde-Zelle gefunden. Das heißt, am letzten Sea Day habe ich durch die Routen im Englischen Garten zwei Zygarde-Zellen gefunden und ich wollte auch dieses Mal wieder die Route ablaufen. Was ist passiert? Ich bin auf Routen. Ich habe dann gesehen, in der Nähe gibt es eine Route, alles klar. Ich habe da drauf gedrückt, wollte die Sea Day-Route auswählen und im Auswahlfenster, welche Routen es alles gibt, hat sich das Spiel aufgehangen und ging nicht mehr weiter. Nicht nur bei mir, auch bei Pupsi. Immer sobald du zu den Routen gegangen bist und wolltest eine Route ablaufen, ging nichts mehr. Ich musste jedes Mal im Stream, habt ihr das gesehen, das Spiel neu starten. Und das finde ich ziemlich schade, da ich extra diese Route für den Sea Day entworfen habe und sie bis jetzt auch jedes Mal am Sea Day abgelaufen bin und Routen ablaufen. Ist ja für jeden zugänglich. Jetzt gehen Routen aber gar nicht. Obwohl sie für diese Season die Routen nochmal ordentlich beworben haben. Routen einreichen müsste jetzt am Level 41 oder 42 mittlerweile gehen, aber Routen ablaufen für jeden. Aber es ging nicht. Das war verbuggt. Irgendwas anderes war auch noch ein Problem, was nicht ging, aber das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Da müsste Pupsi nochmal einen Kommentar schreiben, wenn sie das sieht. Ansonsten können wir mal... Was? Du kommst doch gar nicht auf die... Nein, das war doch abgestürzt. Aber irgendwie hat man noch neu gestartet und dieser Abend... Ja, das ist ja dasselbe. So, deswegen. Was ich alles hier bekommen habe, wenn ich mal eingebe. Um Alter, Null und Glumanda, dann seht ihr, dass wir insgesamt gerade mal 143 Glumanda heute gefangen haben. Das ist nicht so viel in der einen Stunde. Sind noch ziemlich langsam gelaufen. Sind ziemlich oft stehen geblieben unter den Bäumen, wo Schatten war. Ich habe zwischendurch meine Füße abgekühlt nochmal, weil es so heiß war immer zu. Also, mit der Seatay-Route wäre man deutlich effektiver gelaufen und hätte diesen großen Außenbereich mitgenommen, hätte versucht bis zum Ende alles abzulaufen. So hat man gar keine Route gehabt, war es weniger. Das höchste Glumanda, was ich hier habe, ist dieses mit 794 von den WP her. Das kleinste, was ich hier habe, ist dieses Shiny mit WP 12. Ansonsten können wir euch zeigen, wie viele Shinies es insgesamt gab. Schillernd, und da haben wir hier nämlich genau zwölf Stück. Neun Stück meine ich. Neun Stück. Neun Stück. Neun Shiny Glumanda. Den Punkt für das erste Glumanda, Shiny, hat Pupsi bekommen. Die hat nämlich, glaube ich, fünf Minuten nach Seatay-Start, hat die ihr Shiny bekommen. Dann hat sie noch eins bekommen. Dann irgendwann kam ich, habe eins bekommen. Dann habe ich wieder eins bekommen. Dann war es Gleichstand, zwei zu zwei. Hannes hat immer mal in den Chat reingeschrieben, was er so hat. Er hat uns dann irgendwann auch überholt, hat gesagt, yo, ich bin an euch vorbeigezogen. Habe jetzt vier, habe jetzt fünf. Im Endeffekt war es wieder Gleichstand bei Pupsi und mir. Wir hatten fünf, fünf. Pupsi hat gesagt, ich brauche jetzt nur noch eins. Dann habe ich sechs. Dann habe ich das sechste. Ich habe insgesamt, also mehr. Ich habe das erste gehabt. Ich habe das letzte gehabt. Das war auf jeden Fall spannend. Diesmal richtig genial, weil wir immerzu wieder gleich auffahren. Bei ihr kam irgendwie nichts mehr. Bei mir kamen noch zwei kurz vor Schluss. Damit habe ich zwei mehr gehabt als sie. Und obwohl sie den Punkt für das erste bekommen hat, habe ich den Punkt für das letzte bekommen. Und den Punkt für die meisten. Ich hatte nämlich sieben Stück. Sieben Stück von 14 bis 15 Uhr. In einer Stunde also sieben Stück auf dem Weg zum Parkplatz. Da war es nach 15 Uhr sind dann direkt zwei noch nacheinander erschienen. Deswegen habe ich statt sieben insgesamt neun. Aber zwei waren eben außerhalb der Challenge-Zeit von 14 bis 15 Uhr. Die können wir auch kurz mal durchbewerten, ob da eins mit drei Sternen vielleicht dabei war. Vom kleinsten zum größten hin. Das hat alles hier null Sterne. Das hat drei Sterne. Das ist zum Beispiel auch ziemlich gut. Da könnte ich ja mal ein Häkchen dran machen. Das hat auch einen Stern. Das hat null. Das hat zwei. Das hat null. Das hat ein. Das hat auch drei Sterne. Da mache ich auch mal einen Haken dran. Also einen Favoritenstern. Zwei Stück also mit drei Sterne Bewertung. Was können wir noch zeigen? Was ich gesagt habe. Hier die Spezialforschung für ein Euro. Dankeschön an Heiko, der mir die gekauft hat. Auf der letzten Seite gab es auch nochmal reichlich Mega-Glurak-Energie. Wenn ihr noch keins entwickelt habt, könnt ihr nur mit dem CD-Ticket eins entwickeln, ohne eine Mega-Raid gemacht zu haben. Das hole ich hier jetzt nochmal ab. Das sind 150 plus 150. Also 300 Mega-Energie für Mega-Glurak. Und 200 braucht ihr, glaube ich, nur, um es überhaupt mal zu entwickeln. Das fand ich cool, dass das dabei war beim Ticket. Aber eine Yendick hat es so heftig gegönnt. Diesmal im Heute-Tab gab es diese befristete Forschung. Die geht eben auch bis 17 Uhr, solange wie der CD geht. Da musstet ihr auch nur fünf Power-Ups machen, fünf Glumanda fangen, fünf verschicken oder so. Habt ihr nochmal zusätzlich 300 Mega-Energie bekommen. Und das völlig kostenlos, ohne irgendwas dafür zu tun. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Obwohl der CD natürlich schon das dritte Mal da war, ist Glumanda ein Pokémon, was viele Leute lieben. Gerade durch die Mega-Entwicklungen. Dadurch, dass es ein Starter ist, alles. Hat das eben... Steht gut da. Ist halt sehr beliebt. Showcases gab es. Kann ich ganz kurz mal zeigen. Ich habe mich auf dem Heimweg da noch in Showcases gesetzt, kurz vor dem Video. Ich dachte, ich schaffe es wieder nur. In drei Glumanda-Showcases. Diesmal war die Verteilung bei den drei, wo ich mich immer setze. Aber so, dass es zwei Glurak-Showcases gab und ein Glumanda-Showcase. Habe ich mich jetzt reingesetzt mit den Sachen, die ich schon hatte. Und die Sachen, die ich am CD gefangen habe. Bin gerade Platz 1 bei allen drei Sachen. Das endet ja 17 Uhr. Mal gucken, ob ich bis dahin immer noch auf Platz 1 bin. Das eine ist auch hier ein Shiny-Glurak. Was ich sonst immer noch so mache, ich drücke immer mal noch hier zu Hause drauf. Und versuche die Glumanda, die zu Hause hier sitzen, mit dem Schnellfang-Trick noch schnell einzutüten. In der Hoffnung, dass da vielleicht jetzt noch ein Shiny dabei ist. Wir gehen die Reihe eben von oben bis unten durch. Da seht ihr auch gleich mal den Schnellfang-Trick, wenn ihr den nicht kennt. Dass ihr eben auf eine Beere geht, rüberwischt, gedrückt haltet. Mit dem anderen Finger, solange curved, dann loslasst. Damit oben beim Loslassen dieses Fluchtsymbol erscheint, wo man draufdrückt, um aus dem Fangbildschirm zu fliehen. Denn wenn ihr normal fangt, dauert das eben viel zu lange, wenn ihr unterwegs seid, noch einen Rauch anhabt, da irgendwo Lockmodule sind. Dann wollt ihr ja schnell da durchkommen, wenn ihr jetzt nicht mit einem Gadget spielt, mit einem Go Plus oder mit einem Gocha Evolve oder mit einem Go Plus Plus Minus Mal geteilt, irgendwas hin und her. Dann haltet ihr euch da ewig auf. Und um euch nicht aufzuhalten, geht ihr mit dem Schnellfang-Trick kurz die Spawns durch. Effektiver wäre es jetzt, wenn ich also einen besseren Ball eingestellt hätte. Wenn ich also Ballmergen angedrückt hätte in den Einstellungen. Und dann mein Hyperball oder Superball. Dann würde das hier wahrscheinlich auch besser fangen. Denn so wie es aussieht, bleiben die meisten hier einfach sitzen. Weil sie gar nicht gefangen sind. Da hilft besser werfen, wie auf einfach fabelhaft gehen. So. Dann sind die bestimmt drin. Oder wie gesagt halt der Ball. Und jetzt kann ich gucken, wenn noch eins da sitzt im Vergleich mal dazu. Wenn ihr normal fangt, würde das ja so lange dauern. Der Ball fliegt hoch. Es zieht das Pokémon in den Ball. Der Ball fällt zu Boden. Der Ball wackelt dreimal. Dann bleibt es vielleicht drin. Dann zeigt euch das hier alles an. Und dann müsst ihr das da auch noch wegdrücken. Das dauert uns aber zu lange. Das wollen wir nicht. Und deswegen fangen wir immer so. Pupsi fängt zum Beispiel nicht so. Pupsi macht das so, wie es ganz lange dauert. Hat aber trotzdem meistens so viele Shinies wie ich. Obwohl sie viel weniger Glumandas fängt. Viel weniger Pokémon Encounter hat. Das verstehe ich nicht. Da hat sie halt einfach mehr Glück bei den Shinies. Dass sie da so viel kriegt. Ja. Ein Hunderter gab es glaube ich nicht. Wir können nochmal kurz vier Sternchen eingeben. Und schauen, ob vielleicht jetzt hier was dabei war. Ansonsten würde ich das Video beenden. Denn das war dann die Ausbeute. Hier. Ich hatte auch ein Mega Glurak entwickelt. Auf 5037. Damit das eben auch die Bonbons boostet. Von den wilden Glumander, die da kommen. Vier Sternchen eingeben. So, dann auf zuletzt Gefangene. Da ist kein Glumander dabei. Also Hunderter gab es nicht. Es gab aber neun Shinies in der einen Stunde sozusagen. Das reicht mir vollkommen aus. Ich hatte die Shinies ja schon voll. Wie ist eure Ausbeute? Schreibt es mal rein. Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Wie lange habt ihr gespielt? War ein Hunderter dabei? Hat es Spaß gemacht? War es bei euch auch so warm? Und würde ich sagen, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Euer Ramses. Und der nächste Siede ist ja wahrscheinlich Mabula. Ende September. Mal gucken, ob die Mama da auch wieder mitmacht. Nein, da ist sie ja leider nicht da. Peace out. Euer Ramses.